Grüß euch, ich bin die Dani Rabl. Ich bin Tiroler Bergwanderführerin und habe diesen Sommer die Möglichkeit, mit Harald Kustovny, unserem Spezialisten für Geomantie und Feng-Shui-Beratung, gemeinsam Wanderungen zu führen und zwar zu besonderen Kraftplätzen in der Region. Und das Spezielle dabei ist, dass wir bei den Kraftplätzen dann wirklich innehalten, meditieren, die Energien uns aufnehmen können und Kraft schöpfen für den Alltag und dann auch diese Glücksmomente wieder mitnehmen ins Tal. Die Anmeldung ist beim Tourismusverband und wir freuen uns, wenn viele Wanderer bei den Wanderungen zu den Kraftplätzen mit dabei sein werden. Bis bald!